LKW Sag was. Servus. Ich mach mal wieder einen Vlog. Es ist erfreut, dass ich da dabei bin, ja. Das hat so schön. Heute wird's money verballert. Abonniert Seife. So 50 Cent. Was spielt? Nö. Das klingt so schön. Ein Satz, 10. Kann ich? Das ist Tatsch. Jawoll. Kann ich 10 machen? Ich mach 10. Ein Satz. Oder 5. 5, ja. Oh ja, der war fast. Noch mal 5. Und noch mal 5. Oh! Das ist nicht gut. Das sieht doch voll gut aus. Kann ich das nicht irgendwie... Wie kann ich das hier ändern? Schreibt's in die Kommentare, wie ich das ändern kann. Risiko? Nee. Ah, hier. Guck. Jawoll. Punkte gewinnen. So viele. Krieg ich die jetzt? Kann ich mir mal sagen, wie ich die jetzt kriege das Punkte gewinnen? Weiß ich nicht. Junge, 5 Cent gewinnen. Auszahlen. Auszahlen. Wie geht das auszahlen? Wie geht das auszahlen? Wie zahlt man aus? Kann ich 50 Cent überhaupt auszahlen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil 5 Cent nehmen die ja nicht. Können auch keine 5 Cent drin sein. Was spiel ich noch einmal für 5 Cent? Geht jetzt auszahlen? Nee, komm. Haben wir ja keinen Gewinn gemacht. Nee. Komm, 10 einmal. Der Automat muss jetzt gefüttert werden erstmal. Oh! Ich glaub's nicht. Wir werden reich. 15 Cent gewinnen. So, jetzt auszahlen. Geht ja nicht. Mach nochmal 5 Cent einsatzverlier und lass der dann 60 auszahlen. Ah, scheiße. So. Jungs. Okay, jetzt hab ich's. Probier mal jetzt. 10 Cent. Auszahlen. Oh! Ne, ist das jetzt? Das leuchtet auf einmal jetzt. Das leuchtet schon die ganze Zeit. Moment mal. Am Menü, oder? So. Was ist das? Auszahlen, bitte. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch Probleme habt. Ach, hier, warte. 60 Cent. Das hast du gesehen. Ja, wie krieg ich's jetzt? Ja, das soll ich. Auszahlen. Au! Au! Da fließt das Gold. Also, liebe Seifel-Zuschauer. Glücksspiel. Lohnt sich. 10 Cent gewinnen. Ich hab grad gewonnen. Ich hab grad Gewinn gemacht. Aua? Ja. 10 Cent. Es geht richtig ab hier, Alter. Ich hab grad gewonnen. Kurschte Felix. Ach, du hast es so gewonnen. Ja, ich mach jetzt mal ein krass Spieler. Was spielen wir, Jungs? War auch gut, Juni. Das hat Glück gebracht. Das gleiche Spiel. Ja, das schweigen Sie auch. Das hat Glück gebracht. Also, was drückt man? Was muss ich machen? War einfach mal ein einleitendes Stück. Wollen wir uns mal fünf Cent? Ja, das habe ich auch gemacht. Das macht die 5 Cent Taktik. Direkt Hauptgewinn. Ja, Hauptgewinn. Da oben steht sogar, was du gewinnst. Oh! Was hast du jetzt gewonnen? Sorry. 5 Cent sind nicht. Brauchst du mehr Einsatz, du musst den aus dem Markt erstmal... Alter, was hat denn der Samu gemacht? 2 Euro, da geht's aufs Ganze. Du gehst aufs Ganze. Ich habe noch gar nichts gewonnen. Du brauchst mehr Einsatz, du musst den Automaten melden. Hä, siehst du, macht das automatisch. Wo hast du draufgedrückt? Das tut alles automatisch. Ich habe da draufgedrückt. Da und dann habe ich gewonnen. Ja, bei mir sind 2 Euro und ich hatte keinen einzigen Gewinn. Alles verloren. Dann hat es einfach alles durchgelaufen. Hast du auch alles verloren? Ja, ich habe auch alles verloren. Jungs, so sieht ein Sieger aus. Und der Aron. Ja, aber du musst jetzt auf Leiter machen. Ja, guck, dann kannst du das einzeln hier einstellen. Ich habe keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung was. Verloren. 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 Kannst du uns nicht sagen, dass der Marco dabei ist. Hä? Ich bin alleine. Was machst du jetzt? Das ist schon ganz nice, oder? Die Stimmen sind auch früchtlich. Hast du eben irgendwas gewonnen? Alles verloren. Gehen wir boxen. Okay. Liebe Beseife Jungs, ich bin gerade ausgestiegen. Wer ist das? Ja, macht nichts. Auf jeden Fall liebe Beseife Jungs, hier ist eine Dose. Und ratet mal wo ich sie gefunden habe. Ich bin ausgestiegen. Und hier lagst du. 25 Cent Pfand. Sorry fürs Hupen eben. Da haben mich wieder Fans erkannt. Naja. Das ist ein bisschen Slow Moin. Ja, Mann. Geil. Mach den Burger mal auf, wie es aussieht. Klingt zu dem einen in der Beschreibung. Klingt zu dem Tipen in der Beschreibung. Die Kinder in Afrika könnten es essen. Was machst du? Link zum Burger in der Beschreibung. Link zu den Mozzarella-Sticks auch in der Beschreibung. Mit Salza-Sauce. Link zu den Mozzarella-Sticks anderen bei den Punkt mehr. In der Beschreibung.